Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part von Super Mario Maker 2 Story Modus. Ich bin wieder mal da, der Train 290 und wir wollten letztens in die Röhre gehen, die uns Radiergummi hier oder Radierer oder keine Ahnung wie er heißt aufgemacht hat. Ist eine längere Zeit her, dass ich aufgenommen habe, also jetzt so, gut lass mich grob überlegen, knapp vier Tage und ich war auf der Kieler Woche. War ziemlich geil, ein paar Konzerte gehört und so, ihr wisst Bescheid. Mal gucken, was uns aber diese Röhre hier zu bieten hat. Takien, Zeit für einen kleinen Auftrag? Du wirst es nicht bereuen. Schaffe, schaffe, Ausrufezeichenblöcke, baue. Wir sind auf der Suche nach einem neuen Häusle. Würdest du den Grundriss mit Ausrufezeichenblöcken abmessen? Kleiner Tipp, mit linken Analogstick nach unten kannst du in der Luft eine Stampfattacke ausführen. Damit dehnen sich die Ausrufezeichenblöcke auf einen Schlag komplett aus. Joa, machen wir das doch. Ich baue auf dich. Dann los geht's. Ich bin sehr gespannt. Dann probieren wir den Tipp doch mal aus. Ja, nice. Sehr cool. So, was hätten wir hier noch? Einen Pilz. Den nehmen wir. Ja. Ja. Oh, ich vergesse das immer. Da ist nichts. Okay. Ja, das war wohl nichts mit Kugel Willi. Nice. Checkpoint. Noch ein Pilz. Okay. Sollten wir doch easy schaffen, oder? Ja, nice. Oh, schade. Ach, scheiße. Ich vergesse. Münzen sind ja wichtig. Irgendwie. Ich bin ein Trottel. Oh nein. Da war die Zehnermünze. Ja, das nenne ich jetzt Pech. Schade drum. Nice. So, das hätten wir geschafft. Sehr geil. Herzlichen Dank. Da fällt mir ein Mauerstein vom Herzen. Dann werde ich gleich mal schaffen gehen und was ganz Schönes bauen. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Schaffe, schaffe. Häusle baue. Als Belohnung habe ich einen befreundeten Fragezeichenblock hergerufen. Gib ihm doch mal einen freundlichen Klaps, wenn du ihn siehst. Okay. Oh, der hat noch was. Ich hätte da noch einen Auftrag für dich. Als Belohnung gibt es auch was richtig Gutes. Weit und breit Dunkelheit. Als wir letztens ein neues Häusle besichtigt haben, war die Sicherung raus. Deshalb war im Keller alles düster. Könntest du mal nachgucken gehen, wie geräumig der Keller ist? Natürlich. Ich baue auf dich. Der gute Mauritius hier, Alter. Ja, läuft bei ihm, würde ich mal sagen, ne? Hoi, 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 hoi. Oh ja, das sieht nach einem sehr düsteren Level aus. Oh Gott, jetzt habe ich einen Schrecken gekriegt. Oh Gott. Hoi, 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 hoi. Geht doch ganz gut ab bis jetzt. So, und zack. So, damit haben wir die Zehner-Münze. Und ein One-Up. Das war so klar. Ich wollte aber unbedingt noch die Zehner-Münze haben. Oh, es ist hell. Nein! Ja, wenigstens noch zwei Extra-Münzen gekriegt. Aber was soll's, das war trotzdem schlecht. Ich warte übrigens immer noch auf Codes in euren Kommentaren, damit ich die im Online-Modus nach dem Story-Modus spielen kann. Scheut euch da nicht vor, auch wenn die Level schwer sind. Dann seht ihr mich wenigstens ragen. Herzlichen Dank, da fällt mir ein Mauerstein vom Herzen. Dann werde ich gleich mal schaffen gehen und was ganz Schönes bauen. Und da bleibt kein Stein auf dem anderen. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Als Belohnung habe ich einen versteckten Block hergerufen, der mir was schuldet. Er ist etwas schüchtern, aber mag rote Blumen. Okay, er mag rote Blumen also. So, der hat immer noch was. Ein letzter Auftrag habe ich noch für dich. Als Belohnung winkt was ganz Besonderes zum Anziehen. Na, neugierig? Im Reich der Steinblöcke? Unser neues Häusle wurde von Steinblöcken übernommen. Sie tanzen da drin wahrscheinlich auf den Tischen und tun, was ihnen gefällt. Könntest du ganz vorsichtig nachsehen, in welchem Zustand unser armes Häusle sich mittlerweile befindet? Klar. Ich baue auf dich. Im Reich der Steinblöcke. Mal gucken, was das wird. Ich bin extremst gespannt, was Mauritius uns hier zuletzt noch jetzt zeigen will. Oh Gott, ja, das habe ich vergessen. Stimmt, diese bekackten Blöcke können ja jetzt auch zur Seite gehen. So, sehr nice. So, natürlich versuchen wir so viele Münzen mitzunehmen, wie es nur irgendwie geht. Wow. Ganz easy, Kollegen. Ha, ich wusste es. Dass hier noch irgendwas versteckt ist. Nein. Oh. Ich bin wieder mal zu geizig gewesen nach Münzen. Oder auch ein bisschen zu langsam. Zum Glück haben wir einen Checkpoint erreicht, also alles nur halb so wild. Oh, vorsichtig. Ich möchte trotzdem gerne so viele Münzen von denen zurückhaben, wie es nur geht. Seht ihr? Der Zehner ist nämlich noch hier. So, jetzt haben wir die 30, aber. Schnell. So, bis jetzt. Oh Gott. Ja, wieder mal zu, wieder mal zu geizig nach Münzen gewesen. Weil, bei dem letzten habe ich noch gesehen, da war noch ein Loch nach oben. Und da möchte ich gerne hin. Ja, danke. Nein, Luigi, wir brauchen deine Hilfe nicht. So, komm. Den Zehner nehmen wir jetzt wieder mit. So, sehr schön. Was? Ich bin doch gesprungen. Oh ja, ist klar, Diggi. So ist das geil. Und schon im ersten Part, im vierten Part, wieder richtig schön fails, Alter. Ich bin halt kein 2D-Mario-Profi, entschuldige ich das. Mir liegen die 3D-Marios einfach so viel besser als 2D. Aber, man will ja oft 2D bei mir sehen. Also, der gute Miko auf jeden Fall. Und, dann erfülle ich mal den Wunsch. So. Ha! Wer hätte es gedacht? Nochmal 30 Münzen. Oh Gott, ja. Das wird tricky. Aber geschafft. Nice. Gleich mal 168 Münzen nochmal gespart. Maurizio-Samt haben wir gekriegt. Cool. Ist aber nur für den Online-Modus relevant. Erhalte Baumeisterkleidung. Erhaltende Baumeisterkleidung kannst du ein Level aus aller Welt einsetzen. Oh, unser Hauptgebäude ist fertig. Hauptgebäude. Erstes Obergeschoss fertiggestellt. So, das war's dann. Machen wir doch weiter mit unserem Radierer. Herr Radierer. Hey, Kleiner. Willst du nicht nochmal einen kleinen Job für mich erledigen? Vielleicht stolpere ich dann ganz zufällig gegen diese Steine, die hier den Weg blockieren. Ein stacheliger Job. Ja, machen wir doch. Die Zielpersonen sind Stachis. 15 an der Zahl. Einfach von oben drauf springen ist nicht. Aber als Profi wirst du dir sicher zu helfen wissen. Improvisiere. Okay, ich verlasse mich auf dich. Er verlässt sich also auf uns, denn erfüllen wir ihn doch den Gefallen. Ja, wie soll das jetzt funktionieren? 15 Stachis sollen wir killen. Oh, natürlich. Oh, das wird ja jetzt richtig ätzend, Alter. Oh, scheiße. Wird das kacke werden. Ah. So, zwei Stück. Nochmal zwei. So, oh, das ist ja übelst easy, Alter. Ich hab mir das schwieriger vorgestellt. Also jetzt mal wirklich. So, das war's. Die 20 Münzen lassen wir da liegen. Nice. Das war doch gar nicht so schwer. Ich bin halt einfach nur ein richtiger 2D-Jump'n'Run-Noob. Noob. Haben wir easy geschafft. Gut gemacht, Kleiner. Dann werde ich mal fix die Steinchen für dich ausradieren. Sieh sie dir an, dieses ätzende Braun, diese fiesen Risse. Da hilft nur radieren. Robi, 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 Robi. So, dann lasst uns mal weitergehen. Zehn Münzen und sonst nichts. So, was will er denn hier? Hey, Kleiner. Ein letztes Mal müsstest du noch ran. Wenn du den Auftrag erfüllst, gebe ich dir was Hübsches zum Anziehen. Pompom allein zu Haus. Besiege alle Pompoms ein und erreiche das Ziel. Okay. Die Zielperson ist Pompom. Sie ist allein. Hm, stand da, glaube ich, noch. Machen wir Pompom mal fertig, wenn ich so gut bin und das überhaupt schaffe. War klar, dass wir nur einen Pilz kriegen. Oh, Kacke. Ja, nein! Wer hätte es gedacht? Die Blöcke da unten verschwinden natürlich. Oh, ich raste aus. Das wird wieder mal richtig... Typisch wird das Kacke, Alter. Ich bin für sowas einfach nicht geboren. Ich sag's euch, Leute. Oh Gott! Ich bin für sowas einfach nicht gemacht, Alter. Oh, ich wusste das. Natürlich. Ich bin für so eine Scheiße einfach nicht gemacht, Alter. Oh, ist das ein ätzendes Level. Nein, Luigi. So, dann versuchen wir es halt nochmal. So, haben wir es geschafft. Hier sind nochmal 30 Münzen. Und easy! Wir haben es geschafft nach zwei Fails. War dann doch gar nicht so schwer. Radierer-Shirt. Geil. Da ist der versteckte Block. Wow, was geht hier denn ab? So, mal gucken, wo wir hier hinkommen. Soundfrosch. Ein prächtiges Schloss baut ihr da. Doch, oh weh. Die Umgebung ist trüb und trist. Wenn du einen Auftrag für mich erfüllst, werde ich Feld und Floh mit Blumen segnen. Das lebende Labyrinth. Wo ist denn nur mein Schätzelein? Mich düngt es, kaulen die Quappen. Bitte geh in diesen fischigen Irrgarten für mich auf Suche. Das machen wir. Ich habe diesen Auftrag auch dem wackeren Vorarbeiter übermittelt. Also wende dich gegebenenfalls an ihm. So, das machen wir. Das werden wir aber erst im nächsten Part machen. Dafür bleibt keine Zeit mehr. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Part von Super Mario Maker 2 Story Mode wieder. Tschüss! Vielen Dank für das Zuschauen bei diesem Part von Super Mario Maker 2. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich noch besser machen könnte und welche Projekte ich sonst noch spielen soll. Wollt ihr noch mehr von Super Mario Maker 2 sehen, dann drückt doch auf die Playlist. Und hier sind noch zwei andere Videos, die euch auch noch gefallen könnten. Wollt ihr nichts mehr von mir verpassen, dann drückt doch auf den Vergiss-nicht-mich-zu-abonnieren-Button, damit ihr nichts mehr verpasst. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Part wieder. Tschüss!